Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win- Script ern Hi-Hin-Win- cynisch waren faço was ist der Koffer okay man immer 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 nehmen mann das ist die Fahre das ist ein Lied so müssen wir jetzt lang ich will mal sagen auf die Kiste wo du vorhin hoch wolltest ja das wollte ich gerade auch sagen wer schubt mich der immer oh sorry ich bin mir vor, tut mir leid was ist los hier, was ist los was ist denn da los wie das aussieht wie die schwarze Frau da hochspringen will voll komisch ich komme ja auch nicht was springst du mal ich komme ja nicht hoch ich auch nicht zwei schwarze kriegen, dann hast du hin au ja jetzt ja geschafft heute noch oder braucht ihr Hilfe? wir sind nicht hochgekommen braucht ihr Hilfe? ihr würdet zu uns helfen ach boah ich habe zu meine Fresse so oh Koffer Koffer betritt die Werkstatt haben wir doch die andere ist es hier eine Werkstatt? ja mit ganz vielen Zombies ich mag Zombies nicht ich aber wir müssen glaube ich hier rauf ach so ja an der Seite war also an der Seite war kein Eingang Eingang? oder muss gleich nachdenken oder Eingang wie heißt das? Eingang und jetzt wo geht es hier oben rein? krass hier na wo woher? ich auch nicht mehr wo denn? achso oh hier fuck the fuck alter okay warte Bauplan ich habe eine Idee Bauplan ich habe eine Idee Bauplan Stacheldraht Bauplan Stacheldraht fuck daneben da liegt immer noch da liegt immer noch ein Bauplan Stacheldraht okay ich gebe es auf zack soll ich Monotov? ja wenn wir hier stehen soll ich? na dann geht mal weg weg da Achtung wer ist denn? lauf na fast auf das fast auf da ist da was? GIO oh ich habe den Motor ähm ja ich schmeiß den überhaupt schnell weg äh wie kann ich wegschmeißen? äh werfen schießen schlagen drücken ah ja ok was? nein da war noch einer meine Machete steckt noch in seinen Kopf tschüss da ist sie geh mal zum Weg ey boah schubst mich doch nicht so ich äh ja Luca oh Luca ist so stark wieso ich hab die getragen ja ja ihr seht beide gleich aus ja schon komm her guck uns mal an wir sehen nicht gleich aus ich bin besser gestylt so wo muss diese Scheiße hin? ja da hier guck mal hier scheißdreck oh wir entfernen erstmal das Brett das mache ich hallo oh oh du hast sie jetzt nicht fallen lassen Alter pass auf den Mond auf den brauchen wir noch was? lass sie nicht fallen oh dann können wir gleich ein Boot fahren wenn du wüsstest was hinter dir abgeht hehehe fang mal fang mal wo bist du? boah zack bam ich hab voll mit so einem Ding auf den Zombie geschmissen hier mit so um ne mit so einem Rüchten richtig ok 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 das ist ein lahmarsch ich kann sich mal ein bisschen beeilen nö ich mach hier walking weißt du da halt hier so walking dead hm ne ne ich hab den Motor nicht Lukas nording walking wie jetzt lass mal ein energy drink trinken und dann töten hm töten 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 ich baue den Motor schon mal an an Boot joa währenddessen wir durchstöbern mal hier so ein bisschen oh Lukas ein PC lass mal zocken boah lass mal aufnehmen aufstieg 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 der fährt einfach weg der Pern ey hey 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 uuuh aua ah die Zombies kommen Hilfe Speed yoooow steh doch mal auf ey wartet ich muss die Zombies gut umfahren so jetzt kommt schnell rein oooh zombie ah alle die denkst du kannst steig ein warte alter 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 steig da mal schnell ein ey meine Fresse hier wir sind fast am abkacken und der macht dann nur ein bisschen Fischfang ja so aufstieg ähm boah ich kann hier nur aufm nur oh nur zwischen die Beine drücken kritischer Treffer habe ich jetzt auf Maximum Optimum soll ich Speed reinhauen haust rein oh was 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 war das denn bitte oh da sind wir rausgezogen worden haha das kann ja nur einer gewesen sein ähm mh 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 oh danke mal 0,1% sie ja noch überlebt oder ich hab ja auch nicht mehr wir kommen jetzt sehr schnell da sind noch andere Zombies da hinten mhm ja warte wer lässt sich denn auch hier rausziehen weißt du ja weil ich gerade hier bei mhm ach wegen dem kleinen Weg hab ich mich jetzt gefahren mhm alle sind falsch du bist da jetzt weiter oh Zombie warte kurz hau dir mal tu bitte wo ist denn der schnell schnell nein ich bin ausgestiegen oder so was hab ich gemacht ich hab den Fahrradplatz gewechselt scheiße fahr los wuhu alter 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 bam komm kopf weg töten töten ich denke jetzt ist mir zu gefährlich mit euch hier also eher als wir so ein Fleisch bei gehabt jetzt haben wir schon mal vier von dem Fleisch also haben wir schon fast alles das ist doch nice ja pass auf wow so ja bleib down ne da gehen wir nicht rein oder? ne ne angst? ja ein bisschen ne aber ich hab hammer willst du da rein? ja ähm die sind jetzt eh wach aber der eine brennt brennt also ein brennt da hinten schon dann ist der irgendwie durch Feuer gelaufen oder so ne 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 ich komm hier nicht durch so ne 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 der stock ist wirklich cool es wird dunkel oh mein gott wir sind auf der brücke realität die namen von jemanden der rote garm hallo der kudel über springen herr okay gehen nach halla hallo Wo geht's da lang? Ich weiß noch nicht wohin. Da wir jetzt das Boot haben und wir in der Nähe von dem Boot sind, wie da wo wir einsteigen könnten, könnten wir theoretisch nach da zu dem Haus des Dealers fahren. Das hast du sehr schön gesagt, des Dealers. Wollen wir da hinfahren? Jo dann, ja ja. Zurück zum Boot! Wo war denn das hier runter, oder? Das Boot war hier. Wo sind die, ist das die, Le? Da wo das Boot ist. Das Boot. Jetzt können wir mal ein anderer Boot fahren von euch. Ich will nicht immer fahren. Nee, ich will noch ein Upgrade. Dann muss ich mir erstmal alles durchlesen, ne? Oh, dann... Lukas, du hast die Ehre zu fahren. Hast du den gar nicht, hast du ihm Kusti gegeben? Ja, dann ist es explodiert. Ja, Lukas, ne? So, ich mach Upgrade. Ich folge dir. Jerry, Jerry. Kannst du nicht vorfahren? Nee, nee. Mit Shift gibst du übrigens Gas. Escht? Ne, drück mal. Ne. Wow! So. Alter, hör mal auf weiter hier. Ah! Oh Gott ey, geil. Cool mit dir auf den Dach. Siehst du mich Lukas? Das sieht einfach... ...zaubernd aus. Wir fahren fast falsch, du bist halt abgebogen. So. Die Flagge zeigt in die andere Richtung. Ey, der zieht mich gleich raus, ey. Doch, doch nicht. Ich hab den anderen Quest noch am Laufen. Ich auch noch, dann mach ich gleich mal zu Halal. Halal. Me too. Ähm, da kommt gleich noch so ein bisschen. Ich schaffst du schon. Nein, schaff ich nicht. Was hab's da denn? Hier ist also irgendwo der Dealer. Hier oben. Der böse, böse Dealer. Wum. Motherfucking böse Dealer. Affen. Was? Was? Achso. Da war doch grad ein Affengeschrei. Ich dachte, die ist ein Affe. Ähm. Okay. Hm? Na nix, nix, nix. Was? Aber in Dead Island so tierisch wäre auch cool, oder? Ja irgendwie schon. Oh ja. Das wär mal was. Noch so infizierte Tiere? Na. Na. Nix. 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 So wie ein andern Spiel mit so infizierten Hunden und so ne Kack, ey. Oh. Hier ist der Eingang. Oh, der lebt. Hallo. Der ist auf. Der ist auf. Oh, hier ist ein Fetter. Aber der rennt auch noch schnell. Autobaum. Wieso schlägt er mich bewusst? Der ist so wie ein Gewehr, der ist ja wie ein Schläger und ein Infizierter zusammen. Au. Alter. Ich hab noch keine Zeit. Alter, wo bin ich jetzt, ey? Scheiß, Alter. Okay, der ist me. Der ist me. Weißt du noch Monitow? Ja. Aber der hat Lukas. Ich werfe nicht auf Lukas. Ja. Fuck. Fuck. Bist du nicht nur da tot? Woah. Das ist raus. Renn. Lauf. Alter, mach die Tür zu und dann fertig, ey. Wir müssen da rein hin. Wir müssen ihn da töten, bis er so ein Toten kommt. Das ist mein Schraubenschüssel am Kopf. Der ist Overpower. Woah. Ja, ey, ich bin so doof, ey. Er brennt. Warum brennt er? Jetzt glaub ich Molly, geh weg. Wegen mir, Alter. Ja, wegen dir bin ich natürlich tot, ne? Ach du Scheiße, die uns sind auch wieder viele, ey. Er ist tot. Ich laufe erst mal ein bisschen. Warte, ich kill die. Hä? Der Dorf ist leer. Jetzt müssen wir nach Drogen suchen. Da bin ich gut. Nee, Spaß. Mach erstmal hier schön. Reparieren. Guck mal, dass ein Geheimfall steht nach unten. Mach mal die Taschenlampe an, geh runter. Warte da erstmal, Alter. Ich muss mich erstmal hier, ne? Ich muss mich erst reparieren, dann muss ich noch das machen. Du musst dich reparieren, ne? Stimmt, reparieren kann ich auch mal den Stab, der ist kaputt. Das ist mal alles so kaputt geht hier. So, die Taschenlampe an und runter. Zack. Ein Drogenkeller. Drogen, Drogen. Drogen, Drogen. Sind ein Zombie, wow. Kommt der hin? Gister. Uh, ein blauer Baseballschläger. Falsche Drogen. Wie gut ist das denn? Geheimakten. Und ein blauer Baseballschläger. Und ein blauer Baseballschläger. Du machst'n Weg hier. Ich bin die Geheimakten haben. So, das war's schon. Haben wir jetzt alles? Einen Bauplan oder so? Das ist was da unten. Oh, das ist meiner. Hab ich verloren. Und wie ist der Baseballschläger? Warum ist der blau? Weil der, das hat halt was damit zu tun, wie selten, oder wie selten und gut die sind oder was? Ja, ich weiß, das war da grad nur ein bisschen, ne? Ach so. Ähm, mein Akku hat sich grad verabschiedet. Was für ein was? Mein, mein, mein Stop-War-Akku. Oh. Da haben wir noch 5 Minuten. Jaaa, dann... Warte mal, ich nimm mal mein iPhone. Ihr seid live dabei bei... Akku-Versagen. Oh Gott, es hängt. Es hängt. Ich kann nix machen. Ach, ihr verkackt. Naja, in dieser Zeit... Grüßt euch mal meine Waffen-Maus. Warum reagiert denn das Kack-Handy nicht, Alter? Köpft euch niemals ein iPhone. Stopp-War. Oh, meine Stoffe läuft bereits. Was so? Seit 600 Stunden. Boah! Geil, Alter. Ich hab's mal kurz gestoppt und neu und jetzt angefangen. Also ungefähr 5 Minuten, ja? Vier, jetzt noch vier, ja. Wollen wir mal hier rüber gehen? Irgendwie, ich weiß nicht so. Ja, kann man machen. Ich habe so das dumpfe Gefühl, ne? Dass das ein Holzbrücke ist, wo wir grad drauf gehen, ne? Die Brücke aus von Teil 1, die große, ne? Äh... Wow. Guck mal, die rechts ist ein Haus. Die rechts war ein Haus. Lass mal da hingehen. Da ist ein, äh, großer Mensch drinnen. Ich wasch meine Haare wieder. Ich mag große Menschen. Hallo. Oh, Mensch. Ja, ne? Du schlägst den jetzt, schlag ich den, oder? Passt doch. Äh... Geht auch mal down, Alter. Wir schlagen drei Weiber auf den einen, ey. Wir können ja alle mit Nagelpistolen auf ihn einschießen. Ich hab leider keine Muni. Der Arm fehlt schon, Alter. So eine Arm ist drauf. Lass, haut ihn um. Super, Mädels. Ja? Äh... Ja. Okay. Was denn? Alter, steh doch mal nicht auf dem Weg hier, ey. Lauf doch mal, Mensch. Jetzt will ich runter, jetzt mal hier im Ongoß. Da war ja noch eine Postkarte. Ja, da, Postkarte. Let's go there. Postkarte von Palanae Nummer 4. Was geht's hier noch? Kann man hier rein in das Haus? Oh! Sag mal. Ja, komm mal rein. Was gibt's hier so Schickes? Gar nichts. Waren bestimmt, ähm... Ärmere Leute. Ja. Na, ich glaub mich das jemand gewohnt hat. Sieht ein bisschen komisch aus hier. Schöne Gegend, hm? Nein! Mh... Oh, Luca, sind wir uns einfach? Kommt der, ja. Das wusste ich. Deswegen bin ich mit Absicht drunter gesprungen. Ah, guck mal, hier ist hier so etwas zu reingehen, wie bei der Höhle. Peter Spice... Peter Spiceys Spiceys Hütte. Wollen wir in die Hütte rein? Ist auch so ein Peter. Ich möchte in die Hütte reingehen. Ich will nicht so nicht sein. Ach Gott, äh... Coole Sache. Äh... Ja. Ja, ja. Was? Was? Hm? Hm? Ja... Rede mit Bruce. Bruce, oh Gott. Oh, was ist das für einer? Ah, ein schlechter. Ein schlechter. Ein schlechter. Ach so, der kann nix, oder wie? Ich weiß nicht. Der Stab ist echt Porno. Danke. Du bist kein Stab. Ja. Ja. Sorry, sorry. Wo muss ich denn zumal mit rein? Hier rum? Ja, unten geht's einfach. Ja, ich bin drinnen. Ach ja, ich darf mal Moldi rein. Oh Gott. Ich sag da, Tür zu. Ich lass dir da unten grad ein bisschen brennen, ne? Oh, hier oben ist noch einer. Fuck, ey. Riesenfettsack. Ich komme zu euch. Runter. Ja, unten ist auch noch ein großer drinnen. Ach du scheiße, aber da, ja, rechts, da. Da kommt, da kommt noch... Woah. Fuck. Mach zu. Nein. Ey. Ich lass ihn mal runterfallen, den großen. Komm, dreh ihn. Oha. Ja. Jo, jetzt siegt der. Komm, rauf auf ihn. So, guck mal. Sind die jetzt alle abgefuckert hier drinnen? Nee. Nö, da leben noch zwei. Kiste. Bissl dunkel hier drinnen. So, ich steh'n. Auf Tee hast du ne Taschenlampe. Jaja, aber die ist... Die ist leer. Scheiße. Hat der denn rote Schrift? Der muss ja über stark sein. Ja, aber du kannst die Nägel auch mal in den Kopf ziehen, ne? Bringt das dann mehr? Joa, ne? Joa. Ja, auf jeden Fall. Ich seh'n nicht mehr. Na, es brennt halt ein bisschen. Wow! Scheiße. Mit dem Licht sieht es voll gruselig aus irgendwie, wenn der so brennt und es flackert. Ja! Leute, ich bin aufgestiegen. Aufgestiegen auch. Ja, aber bei euch ist nichts Besonderes. Klar. Ja. Oh, ein blauer Hammer. Cool. Mein Baupann habt ihr nicht gesehen, oder? Ne. Schade. Was ist denn jetzt hier? Hier ist nichts mehr, oder? Hier ist noch eine Tür. So, erhöht kritische Trefferchance. Ja, aber... Ja. Und... Ich zeig'n jetzt auch noch mal wie hier. Oh. So. Und wie wir jetzt wieder rausgehen, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Chance den Fall mit Klingwaffen zu töten. So. Ja, ne? Ich rede mit euch. Und Hammer, du wirst vom Zombie geschlagen. Ja, ja, ja. Ich weiß, das war jetzt nur... Ja, das... Ja. Und bevor wir rausgehen und das, wie wir rausgehen, ob wir es schaffen, das seht ihr in der nächsten Folge. Genau, du sagst es. Jo, tschö. Haut rein. Ciao. Ciao.